Servus Leute, so das mit dem Test. Wieder ein bissel F1 und zwar die Zauberlichter aus Bengalfackel. Haben wir schon ein Glas eingebaut. Die Visco sind schon immer so ein Kunststoffgriff. 70 Sekunden Bremdauer. Was haben wir denn da? NEM NEM sind 12. 12,1. Jetzt sind einfach vier Stück rein. Für jede V2. Ich würde mal sagen, wir machen halt für jede V1. So. 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 So an. So an. So drüben. Blumen. Roten. Und dann Blumen. Jetzt nehmen wir den Schulten rein. Seiten der Welt. Nehmen wir den Öl auch her. Violetten, oder? Schauen wir mal, oder? Schauen wir mal, oder? Und dann haben wir den Öl auch her. Ja, ich habe noch die Öl auch her, die da mit drin sind. Und dann sehen wir den Nächsten. Vielen Dank. 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 Das war's schon wieder gewesen. Also bis zum nächsten Mal und servis.